Absolut. Du hattest das gerade schon in der Hand. Das Helion 2 XP50 hat auch den großen Chip noch mit 17 Muitpitch. Der kleine Teufel hier bringt tatsächlich oder hat tatsächlich nur noch einen Pixelabstand von 12 Mikrometer. Bei, die Zahl kann man ruhig sagen, bummelig 1000 Euro, die der kleine hier weniger kostet. Und in der Abbildungsleistung im direkten Vergleich ist das Helion 2 nach wie vor das Maß der Dinge, also zumindest unser persönlicher Maßstab. Also zumindest was den Modus schwarz-heiß angeht. Am Weltkörper ist das Helion einfach noch die Referenzklasse. Aber der kleine hier ist sehr nah dran und man muss sich die Größenrelationen angucken. Das wiegt also... Also das kleine Teil wiegt 350 Gramm, ist damit quasi...